jo leute was geht hier ist mal wieder leo und ich zeige euch heute wie ihr professionelles streamen könnt kostenlos und auch mit den ganzen schönen alerts und so dann würde ich sagen fangen wir direkt an also ihr geht erst mal in den browser eurer wahl ich nehme hier dazu google chrome man geht erst mal auf die seite obsproject.com dann streckt ihr hier download obsstudio aber ich nehme nicht obsstudio das rate ich euch auch nicht es war schon gut aber nach also bei mir ist einfach nach drei monaten einfach so das sound ausgegangen und ich fixe es jetzt auch dauernd also versucht zu fixen passiert nichts schon mehr schon mindestens sieben mal deinstalliert wieder installiert also es bringt nichts dann klicken wir auf obs classic ist auch das performantere finde ich hatte weniger abstürze und hat auch weniger probleme also ich nehme dazu obs classic weil ich es einfach besser finde und ja also ihr könnt ja das nehmen was ihr besser findet ob es zu hat einfach halt nur das besser overlay ansonsten ist es einfach gleich und ja die punkte heißen auch gleich deswegen könnt ihr auch einfach so das video gucken wenn ihr auch ob es studio euch holt und wie gesagt alles kostenlos also da müsst ihr keine angst haben dass irgendwie kosten anfallen so dann installieren wir das jetzt das ganze mal die ganze installation hier next ja dann installiert es kurz da könnt ihr auch schon machen so das ist jetzt quasi hier schon fertig dann können wir auch den browser schließen obwohl den können wir gleich nochmal öffnen und zwar ist es ja mit allem drum und dran und zwar jetzt gehen wir erst mal hier in das einstellungs profil das machen wir erst mal ein stream auf youtube youtube gaming schreibe ich noch mal hinten dran youtube stream und dann hier auf hinzufügen wir hier auf die codierung da dann müsst ihr halt gucken wie gut euer internet ist dazu könnt ihr einfach hier euren browser aufmachen das.net können wir auch mal kurz machen okay die haben jetzt ihr design geändert hier wie ihr seht hier 19er ping grad 35 mbits download was eigentlich für mein internet recht schlecht ist leider geht es auch höher aber ich verbrauche jetzt auch ein bisschen was mit team speak ist noch nebenbei offen und upload so 67 eigentlich bei acht ja da kommt doch die acht so jetzt bei so acht und zwar kommt es nicht bei euch auf den ping oder auf den download an sondern nur auf den upload wenn ihr acht habt dass es wirklich schon gut ist dann könnt ihr ja 8000 mits hinschreiben würde ich euch aber nicht raten und vor allem hängt es auch noch von der codierung ab ob das euer pc auch schnell genug rendern kann aber ich würde euch vielleicht empfehlen wenn ihr jetzt so nicht die aller tollste leitung habt sagen wir mal ein 3er upload da würde ich sagen entweder wenn ihr 3000 also 3,8 mits habt dann nehmt sich 2500 oder ihr nehmt einfach dann 3000 gleich und dann noch 3500 wenn ihr ein bisschen mehr habt das reicht eigentlich nicht ich nehme jetzt mal ein bisschen mehr weil ich das aufs internet habe ich nehme eigentlich immer 5000 das ist ein bisschen schöner aussieht nehmen nehmen den x2 ein ding encoder manche können auch den nvidia encoder nehmen nehme ich das aber nicht string plattform nämlich youtube schrägte ich youtube gaming hier auf übernehmen und dann braucht ihr hier ein streaming key wie er den rauskriegt dann geht ihr hier erstmal auf euer youtube account drauf dann ich wechsle erstmal noch auf leos hardware auf den kanal das andere war mein alter kanal so dann gehen wir hier auf video manager dann live streaming dann ja dann kopiert ihr euch den schlüssel klickt ihr auf anzeigen dann wird euch angezeigt ja für euch ist das bild jetzt gerade mal kurz verpixelt so dann habe ich das jetzt hier kopiert dann füge den hier ein drückt ihr auf übernehmen dann könnt ihr hier noch auf optimieren klicken und es ist keine probleme geben ja hier sieht auch meine grafikkarte mit heute die beste von euch ja ich will hier 1080p stream 30 fps das müsst ihr auch von eurem pc gucken was haut so hin dann kommen wir zum punkt audio wähle eure mikrofon aus das andere könnt ihr einfach lassen sie so wichtig das hier mein usb mikrofon ja da müssen ihr auch einfach aber ein bisschen rum spielen ich mache das hier auf main dann müsst ihr aber auch gucken wie euer pc so das aushält ich lasse auch mal auf very fast weil alles andere ist scheiße mikrofon raus sprach da können wir kurz mal vorschau aktivieren da seht ihr auch hier mein mikrofon ist ziemlich gerade laut also dann müsst ihr das dann so einstellen so knapp unten drunter das hat nicht so gerade auch noch tief ist dann auf übernehmen aktiviere raussperre übernehmen also mein pc also ihr hört wahrscheinlich auch das rauschen von hinten im lüfter dafür entschuldige ich mich ja so stellt ihr dann eure raussperre ein ja dann klicken wir hier auf vorschau stoppen dann könnt ihr eigentlich schon aufnahmen starten und streaming starten aber das war es ja nicht ihr wollt ja auch noch irgendwas aufnehmen dazu könnt ihr hier eine gameaufnahme für ein spiel text einfach für ein text das ist ja selbst erklärt und wenn ihr zu erbrowser komm ich später dann hier monitor aufnahme schnell starten hier ist einfach euer monitor mit video geräte könnt ihr könnt ihr dann facecam aufnehmen und bei fenster aufnahme könnt ihr ein bestimmtes fenster aufnehmen ja das das war es erstmal von ob es an sich dann habt ihr halt noch eine szene dann die binden wir auch noch in youtube gaming um und dann gehen wir noch mal wieder in den browser sonst habt ihr hier seid ihr hier auf dem stream da könnt ihr auch euren stream namen einstellen also wie der stream heißen soll hier bei spiel kategorie gaming müsste dann könnt ihr hier auch ein spiel entstellen das wäre dann bei mir dann von klein sich rainbow six sich dann hier auf öffentlich und ja dann könnt ihr hier noch stream option das würde ich euch auch raten dieses dvcr archiviere aufnahme nach beendigung auf nicht gelistet setzen würde ich euch auch raten weil er dann wird es nicht halt direkt halt hochgeladen dass sie noch im tamten herrn könnten noch beschreibung und so weiter dann noch hier will ich das auch hier stream optimierung für eine flüssige wiedergabe optimieren keine verzögerung ratet euch wirklich nicht das ist einfach nur scheiße infokarten ja könnt ihr einfach eine infokarte hinzufügen zum beispiel von ihrer webseite keine ahnung ja habt ihr hier noch leicht live judge blablabla ja dann gehen wir auf die nächste seite und zwar die heißt tp stream das ist ein sogenanntes stream label es macht doch die ganzen alerts dann machen wir hier connect mit youtube dann wählen wir unseren google account aus youtube konto mit dem über den halt der knall läuft oder wenn jetzt über twitch macht ja da habe ich hier schon was ramos 6 der ist lösche ich mal so dann hier leos hat was sehen dann mache ich youtube gaming create ziehen mit eurer passenden auflösung natürlich von einem stream sonst sieht das bisschen verkrüppelt aus würde ich sagen machen wir erstmal eine new alert box da hat sich auch einiges geändert aber ich würde es einfach so ganz mal lassen so donations könnt ihr kann man anlassen ich würde vorlos aktivieren subscriptions wir sind hier nicht auf twitch aus links auch auf jemings auch teams da könnt ihr noch weiter vor kopf voll metal plattformen finde ich sie ist aber scheiße hier aber hier ist es wichtig wenn ihr dass ihr hier ein schreibt zum beispiel ist jetzt ein 6 was dir erst jetzt bei mir als follow und hier die katze die ist eigentlich ganz süß dann könnt ihr euch noch eine von den anderen nehmen ich mache mich bei shooter das jetzt kann man gehen würde gut bildung nicht dann dass ich es bei der katze die finde ich auch ganz lustig und noch bei donations dann hier müsst ihr das antrag schreiben hat wenn ich noch das take my money von dahinten weg machen dann nehme ich hier nicht die katze sondern das insert coin ding das passt da eher dann könnt ihr noch ein sound dann könnt ihr auch eigene hochladen und wie ich für donations coins nehmen voll aus will ich ein eigen hochladen da habe ich auch einen eigenen my files hier für film ja das habe ich schon mal ja dann könnt ihr euch die auch play animation machen dann einfach hier oben auf create budget und dann schon habt ihr so eine alert box die will ich dann aber im quadratischen style erstmal zusammenziehen so und dann ficht hier in der mitte platzieren genau hier in der mitte und dann dann könnt ihr euch hier auch eine chatbox hinzufügen das service macht ihr dann auf youtube show bot messages mache ich mal aus show battery emotes das würde ich schon mal an machen vom bottom vom top mal gucken wie es aussieht aber es sieht vom bottom besser aus finde ich das template ist youtube natürlich in ja das passt alles dann wieder create widget chatbox müsst ihr auch natürlich in richtiges format ziehen so habt ihr auch schon eure chatbox erstellt hier kommen dann nachrichten rein werden hier hingeschrieben dann können wir noch hier ein overlay hinzufügen da haben die auch ganz gute so vorne dran ja dass wir nichts fest können aber ich nehme mal hier das hier finde ich ganz gut und ja dann könnt ihr auch dann hier mit text euren namen hinschreiben bei mir ist es dann lios hardware richtig geschrieben das kommt dann hier oben hin dann könnt ihr hier das auch bei font size ein bisschen größer machen ausweit ist eigentlich eine ganz gute schriftart also finde ich passt immer gut so ja dann haben wir das eigentlich schon fertig dann vielleicht noch ein gold das ist immer schön dann hier voll war da könnt ihr auch hier entscheiden ich nehme immer das hier eigentlich dann follows amount to reach mache ich mal 20 title und dann hier einfach von hinzufügen so so dann was ist ja auch hier quasi von dem tp stream ähm tutorial ähm aber ich zeige jetzt nur nochmal wie ihr donations und so einstellen könnt und vor allem ganz wichtig ihr kopiert euch das hier dann geht ihr auf um wie den obs rein dann geht ihr in cr browser dann macht ihr tt tp stream oder wie ihr es nennen wollt tp stream web overlay ähm dann gebt ihr hier immer ein und dann eure gewählte auflösung die ihr am anfang von tp stream ähm eingegeben habt dann sehen wir das hier stream vorschau ähm dann braucht ein bisschen das zum laden und dann wäre hier schon der youtube chat follower alert das können wir auch mal testen das kann man nicht bei tp stream ähm ich frag mich äh ich frag mich bloß grad ob warum hier nicht das aufploppt an der seite äh klicken wir nochmal launch füge ich das nochmal nochmal ein dann mach ich hier nochmal 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 ein so oh das war also der falsche link den ich mir da kopiert hab so mach ich meinen rein so das war also der falsche link dann dann müsste hier eigentlich auch der goal auftauchen das hat manchmal bloß ein bisschen Probleme ähm dann machen wir mal hier ähm simulate event es hängt hier grad so ein bisschen die seite simulate the follower ja und dann seht ihr das hier schon ähm es funktioniert und äh ja das war's dann von tp stream wo ich wollte euch ja noch grad zeigen mit dem mit den donations hier donations transfers mach ich aber nix ähm gehen wir nochmal auf payment methodes äh da würde ich zum beispiel pay save card anmachen äh und dann natürlich noch paypal und sowas ähm ähm äh dann hier müsst ihr euch noch personal information blablablubsch ähm das mach ich aber noch nicht weil ich hab auch kein paypal also von daher ich weiß gar nicht mal ob ich ähm überhaupt donations empfangen darf ich glaub das geht schon irgendwie wenn über die eltern das irgendwie läuft aber da kenn ich mich nicht aus ähm das ist nämlich der ganze rechts ähm scheiß ähm dann geht ihr einfach hier nochmal auf gameaufnahme gibt es den gamename ein minecraft in dem fall und dann klick ja dann habt ihr gleich minecraft eigentlich normalerweise ist das spiel gleich drin und schon funktioniert es auch nicht mehr da sieht man mal wieder wie gut minecraft ist äh ja das war's dann auch von dem tutorial würde ich sagen war's das und dann würde ich sagen ciao Leute bleibt bis zum nächsten mal dran und schreib vielleicht noch andere tutorial ideen rein ciao 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 ciao